Hallo YouTube und ja, wir sind wieder da. Nächste Folge hier formlos mal hier. Einfach mal Hallo sagen. Okay, sind wir etwa nicht nett, Mongo? Doch, doch. Dann ist ja gut. Jetzt hätten wir jetzt den Schleunersitzknopf gedrückt und dann wäre er rausgeflogen. Mongo steht auf dem Pelo, ja. Ja, wisst ihr Bescheid? Das wollt ihr euch mitteilen? Hat er damit getan? Wir glauben an deinen Rechner. Genau. Das ist never use. Sollen wir ihn zudecken, den Rechner, damit der nicht so kalt wird? Boah, da sind ja hier Sparwitze, die sind ja noch schlimmer wie von uns, ey. Ja. Unsere Sparwitze sind ja schon schlecht, aber Mongo, der war... Der war mega schlecht. Warte mal, ich muss das mal hier in... Ja, Mongo, war ein guter Sparwitz. Ich dachte, wir wären die einzigen, die so Sparwitze haben, aber der war richtig übel schlecht. Aber ist nicht schlimm. Also nicht falsch verstehen. Ach, guck mal, da ist wieder der Typ, der... Ja, ich seh's grad. Wow, 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 das ist auch ein bisschen gefährlich hier, die Richtigkeit, ja. Was ist denn hier? So, die sind gleich da. Die sind überall Tankstellen, eher, so ein Tankstellen. Ja, da hapert's nicht hier, echt, da kannst du... Da kannst du einfach... Das haben wir auch noch bei der Kirche, oder? Ja, ne? Ich denke... Mongo, ich hoffe, du hast das jetzt nicht im falschen Hals gekriegt, dass ich gesagt hab, dass das ein schlechter Sparwitz war, deswegen... Nichts für ungut. Aber wir brauchen ja hier ein bisschen was... Material für YouTube. Aber wir machen auch... Ich weiß ja nicht, ob du dir die ganzen Daisy-Folgen von uns angeguckt hast. Ach so, ne, dann ist okay. Vergiss es. Nicht schlimm. Äh... Du hörst es ja dann, wenn du dir das Video dann ja auch... anguckst auf YouTube, dann passt das... Oh, kacke. Oh, kacke. Warum stehst du? Warum stehst du? Ich bin gegen so'n Scheiß. Wir brauchen Reifen. Ähm, ich werde gerade erwischt. Hä? Was denn jetzt? Ich bin ohnmächtig. Im Auto oder was? Ich bin tot. Ich auch. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich verblute den Bahnhof. Ich, äh, auch. Mongo, Mongo, kannst du mich noch hören? Ich weiß es gar nicht. Hörst du mich doppelt, Sebastian? Ja, Mongo ist tot. Was ist denn hier los? Wir saßen noch im Auto. Alle tot. Ich wurde rausgeschmissen. Script restriction. Also, Leute, ich glaub, das war's. Ich hab keine Lust noch. Ich hab auch keine Lust mehr auf den Server. Wir... Ja, ich geh jetzt noch mal kurz drauf und sag dem Bescheid. Scheitert mir, dass es im Moment so doof ist hier. Äh, aber... Ja, ich würd sagen, gut. Ist mal was anderes hier. Und, äh, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Chaos ist unser zweiter Name, Mann. Das macht man mal nicht ganz okay. Ich denke auch. Gut. Äh, macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Let's Play. Euer Dagont und TheKing04. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.